Heute kommen wir mal zu einem kleinen Off-Topic-Thema und zwar habe ich heute Vita hier. Sie hat auch einen YouTube-Kanal und wir reden jetzt ein bisschen über Indonesien, aber wir werden natürlich über Fitness in Indonesien sprechen. Ich finde es super spannend. Ein Teil wird auch auf Vitas Kanal veröffentlicht, also das Interview mit mir. Unten in der Infobox ist auch der Link zu dem Video mit mir. Ja erstmal zu dir, Vita, was hast du überhaupt für einen Kanal? Okay, hallo erstmal Veronika. Mein Kanal heißt Vita Juanita, da mache ich sexuelle Aufklärung für Indonesien auf Indonesien. Was man nicht kennt, wo ist Indonesien? Indonesien liegt in Südostasien. Wir haben 250 Millionen Menschen, die leben da. Sehr viel. Ja, sehr viel und weitgehend Muslim ist und da sind Sexual Education noch sehr Tabuthema. Keiner spricht darüber. In Familien, in der Schule, unter Freunden nur über Mieten, Sex oder die gucken sich halt gerne Kornofilm. Also die Aufklärung wird in dem Land nicht richtig vollzogen. Kaum einer weiß Bescheid. Keiner spricht darüber. Schule nicht, Eltern nicht. Und sie wollen jetzt gerne wissen, wie funktioniert das? Und dann kommen sie zu dir auf dem Kanal. Ja. Und wie bist du überhaupt darauf gekommen, das zu machen, das Thema? Weil das einfach fehlt in Indonesien und ich möchte gerne auch schon längst YouTuber werden. Dann habe ich mir überlegt, was für Themen. Ich möchte nicht nur über so Schminke Sachen. Okay, dann habe ich mich dafür entschieden. Vor allem, es gibt auch viele Probleme in Indonesien wegen der weiter steigenden HIV-AIDS-Rate in Indonesien. Merit by accident, Schwanger vor der Heirat oder Abtreibung ist ein großes Thema in Indonesien. Ja, gerade HIV ist ja wichtig, dass man darüber auf jeden Fall spricht, ne? Ja. Weil Tabuth zu halten ist ja überhaupt keine Lösung. Genau. Und das löst das Problem natürlich auch nicht. Ja. Man bedauert das immer nur am Ende. Okay. Du hattest ja auch vorher zu mir gesagt, die Disziplin, die ich habe, was Fitness und Ernährung angeht, ist in Indonesien ganz, ganz neu. Oder kennt kaum jemand. Richtig? Ja. Wie ist das denn mit Fitness gerade in Indonesien? Ist das überhaupt ein Thema? Oder machen das ein paar Leute? Ja. Gerade vor kurzem ist Fitness, Healthy Lifestyle, Trend geworden in Indonesien, vor allem in großen Städten. Ja. Und langsam eröffnen auch neue Filiale von Fitnessstudio und wie man sich gesund ernährt. Genau. Aber langsam und langsam. Also in den Dörfern noch gar nicht, ne? Gar nicht. Also nur in den großen Städten? Ne. Und wie lange ist das ungefähr schon? Ja. Das ist, ähm, das fängt parallel an mit der Verbreitung von Social Media. Ich schätze mal zwei, drei Jahre. Besonders seit letztem Jahr ist ja dieser Social Media Hype wie auf Instagram oder so. Man bekommt immer sehr viel mit, was die anderen so machen. Ja. Okay, also ist es ja in Deutschland auch so ein kleiner Trend, finde ich. Ja. Also auch so seit zwei, drei Jahren ungefähr im Fitnessbereich gerade, gerade viele Frauen kommen zum Fitness hier. Genau. Und bei euch geht es auch so langsam los. Shop von USA irgendwie rüber, ne? Ja. Ja. Und, ähm, ja, Frauen ist natürlich ein großes Thema. Wie ist es denn mit Frauen in Indonesien? Machen die Kraftsport und gehen die ins Gym oder was machen die da? Ja. Frauen in Indonesien mit Kraftsport. Das ist total unbekannt. Die Frauen haben auch Angst, irgendwie Muskeln zu haben, Muskeln zu bekommen. Oh Mann, immer diese Angst. Ja, genau. Und das momentane Sport-Trend-Art in Indonesien ist Yoga. Viele machen auch gerne Yoga und posten auch die Bilder gerne bei Instagram, weil das vielleicht, ja, viele das mitmachen. Ja, in L.A. ist das auch ein sehr großes Thema, Yoga. Ja. Cool. Okay. Und, ähm, wie ist es denn jetzt für die Frauen, wenn jetzt eine Frau Kraftsport macht? Also sagen wir mal, sie macht das in Indonesien. Ja, sie trainiert mit Gewichten. Ist das bei Männern eher nicht so anerkannt oder finden sie das nicht so cool oder ist die Frau dann so ein bisschen, ähm, ja, schlechter dargestellt? Es gibt jetzt so eine kleine Geschichte und zwar in einem Talkshop im Fernsehen, da wurden zwei Bodybuilder eingeladen. Ja. Und der Zuschauer wurde gefragt, möchtest du sie diese Bodybuilder gerne als Freundin haben? Dann meinte er, äh, nein, 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 sonst schäme ich mich dafür. Wieso? Weil sie mehr Muskeln hat als ich. So ist es. Und dann, ähm, ähm, für Männer, das ist so langsam, äh, bekannter, im Fitnessstudio zu gehen. Aber in Indonesien, in großen Städten, da gibt's ähm, ähm, I don't know how I feel, viele Homosexuelle, die zum Fitnessstudio gehen. Also alle treffen sich, als, als Spultreffung irgendwie. Also ein richtiger Treffpunkt auch, oder? Ähm, ich weiß nicht, wie das so Insider, wie die Insider sind. Okay. Okay. Und die treffen sich da und die anderen sollen... Lernen gerne oder so, äh, gerne lernen. Meine Freundin hat vor kurzem erzählt, der Freund war vor kurzem zu Probe in einem Fitnessstudio und dann kam er zu Hause und er sagt, na, wie war's? Nee, ich geh nie wieder hin. Wieso? Da gibst du mal Schwuchte. Äh? Ja, dann lieber nicht. Ich möchte dich nicht verlieren. Wir werden doch im Februar heiraten. Also wurde auch angesprochen, oder? Von einem Mann, oder so? Keine Ahnung, das konnte passieren. Manche sind ja auch, hm, aggressiv. Und, ähm, wie ist es mit der Ernährung gerade in dem Nähsinn? Du meintest, der Healthy Lifestyle kommt auch an. Ja. Das heißt, die Ernährung kommt auch langsam an? Ja, auf jeden Fall. Also normalerweise muss ich mal kurz erzählen, wie die Indonesien essen. Wir essen sehr viel Reis, ein bisschen Fleisch und noch weniger Gemüse. Oh mein, das Beste von allem. Ja, genau. Das Gesündeste von allem. Und wir essen auch häufig dasselbe an einem Tag. morgens, mittags, abends, dasselbe. Und das ist bei uns normal. Für die gesunde Ernährung jetzt versuchen sie so auf Raw Food. Raw Food? Genau. Und Organic. Also Bio. Bio, ja. Genau. Und dann machen die auch erstmal Kurse und dann tun das auch weniger Salz rein, mehr Knoblauch oder Schalotten und kein Glutamat. Weil wir essen, wir tun immer sehr, sehr gerne Glutamat rein. Ja, wie die Chinesen. Ja, die tun auch überall. Chinesische Suppen sind voll mit Glutamat. Das ist unglaublich schlimm. Eine Bekannte von mir ist mal in einem chinesischen Restaurant eingegangen und sie ist umgefallen vom Stuhl. Ja? Ja. Aber sie ist allergisch. Ja, sie ist allergisch von Glutamat und hat sie einfach gegessen, gegessen und oh, sie kann das nicht. Sehr gesund. Ähm, nicht. Ähm, okay. Also, esst ihr denn normalerweise auch schon Reis zum Frühstück? Ja, wir essen Reis. Oh, das könnte ich nicht. Ich brauche Haferflocken und ähm, warmes Mehl und viel Hafermilch wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Ja, cool. Das Rezept gibt es auch auf dem Kanal hier. Verlinke ich hier mal. Ja, ähm, vielen Dank, Vita. Gerne, gerne. Den ersten Teil, beziehungsweise das Interview mit mir, gibt es auch auf deinem Kanal. Mhm. Also, unten in der Infobox ist der Link dazu. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du auf jeden Fall da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, zu sprechen und ein bisschen über Indonesien zu erfahren. Ja. Vor allem den Fitness-Fan finde ich sehr, sehr spannend. Und morgen fliegen wir zusammen nach Indonesien. Kommt ihr mit? Gute Idee. Wie viel Grad sind da jetzt? Äh, gefüllt 40. 40 gefühlt? Ja. Okay. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall ein Schock für mich erstmal bei den, äh, minus 20 Grad. Zum Braunwerden, ne? Muskeln, Muskeln brauchen. Dann wird man die Muskeln mehr. Ja, das stimmt. Deswegen machen Bodybuilders auch immer. Mhm. Sie malen sich ja immer an mit dieser Farbe, damit die Muskeln besser zum Vorschein kommen. Ja. Okay. Ja, gib einen Daumen hoch, wenn du mehr solcher Videos haben möchtest. Vor allen Dingen geh auf Vita's Kanal, um dir das Video mit mir anzuschauen. Ähm, abonniere meinen Kanal, wenn du mehr über Fitness und Ernährung erfahren möchtest. Und schau bei mir auf der Webseite veronikagerritzen.de vorbei, wenn du weitere Tipps zu Ernährung und Workouts vor allen Dingen haben möchtest. Unter diesem Video in der Infobox ist auch der Link dazu. Ja, viel Spaß weiterhin. Einen super Tag wünsche ich dir. Und bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020